ja der Keller wird lustig lustig wieso wird denn der lustig ja der Clown ist reingemalt oh das Clown ist reingemalt also der wird der wird hört jetzt nicht sagen groß nein aber doch schon groß ist geräumig sag ich mal also das Treppenhaus in den Kellner angeboten war mir irgendwie klar gleich ist nix drin doch in dem Watt ist tatsächlich immer irgendwas drin meistens irgendwelche Waffenteile ok da sind leeren Wattes ich hab noch nie gefunden gleich ist nix drin ja das wärs mh 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 Kommen Klinik Kartoffel, oh Wasser Wasser und Kartoffeln Nehmen wir die Kartoffeln mit Für die Kartoffel habe ich keinen Platz mehr Ja ja ich habe beides mitgekommelt 18 Nägel zerlegen Schmerzkittel bleiben hier so Wie viele Ok ein Elektro Ist auch noch ewig bis ich das zusammen Lassi In den Häusern waren getrennt Da hinten ist die Kapelle Der gebraucht war Waren wir da oben schon? Oben? Da hier Wunderstrahl hat der da oben Ich glaube noch nicht, da würde ich jetzt auch eher hinnehmen in die Richtung Also wenn ich kann ich eh nichts mehr nehmen Na ich suche hauptsächlich noch irgendwelche Autos, die ich diese elektrischen Telle rausbauen kann da Ah Autos Achja hier waren wir auch schon mal Hier ist die Tagesstätte Und die Ahjajaja Das College Pupi Pen Daycare Alles klar Was hatten wir da nochmal, hatten wir da nicht irgendwelche Waffenteile gefunden oder so auch? Raketenwerfer Ach Raketenwerfer, genau Raketenwerfer im Kindergarten gefunden Das ist aber nur ein Bauplan Er reicht ja schon Als ob die kleinen Kinder da ja irgendwelche Baupläne von Raketenwerfern brauchen Haben die gezeichnet? Als Einschlafgeschichte dann Die haben sie gezeigt Eine ganz akkurate Blaupausen Natürlich Oh, hier ist jemand Hallo Oh, noch eine kleine Mutter In your face Ich würde die kleine Mutter irgendwie gerne mitnehmen Mach die schon tot Hallo, hier wird ich gepennt Den weg, alle roten, alle Die Mutti Die Mutti Die Mutti Die Mutti hat Fleisch dabei Wer hat Fleisch? Mann, Mann, Mann Ich werf mal Warte mal, kann ich daraus nicht schon? Guck mal raus hier, ich seh dich kaum Braum zu Papa Braum zu Papa Ich bin unsicher Was kann ich damit? Ich kann doch bestimmt Braum zu Papa Wie kann ich? Zweier ist Verlegen, dann kann ich nämlich das mitnehmen Mitnehmen So Genau Was hat die alte Dose Nudeln? Ach, der Nudeln aber echt geil Alle Autos hier abbauen Komm schon Greenpeace Komm schon Greenpeace Bindfield Pflanzenfaser Traumfädern 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 Öl Wie man sieht es ist ganz langsam weg Traumfädern mit denen jetzt Traumfädern mit denen jetzt Ich nehme mal die Nudeln mit Nudeln? Nudeln. Passt da, passt da. So, ich geh mal weiter hier in den Laden gucken. Mal luden. Hier pinnen sie alle. Was ist denn hier los? Bist du nicht ordentlich bedient? In die Kresse. Oh, Alter. Da brennt die Zombie. Da brennt die Zombie. Mach mal jetzt, Mann. Stoffwetzen. Immer her damit. So, alles brennt die Zombie. Okay. Oh, schon. Mutti, komm her. Boah, diese Autos sind für zwei Teile ab. Das ist so... Die Mutti brennt, die Mutti brennt. Weil Jan voll die Action los. Klar. Aber die Mutti ist heiß. Okay. Und die hat nichts feststehen. Der Kühlschrank ist leer. Was ist denn hier los? Leer, 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 leer. Hat das schon alles gelootet, oder? Ja, das kann sein. Wir waren hier schon mal da. Ja, ja, die... Alter, das ist der Salon, der Friseur, da war ich damals drin. Du sicher... Hä? 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 Dosen. Mischt. Ein schrittes Stück weiter hier. Mischt. Gucken wir mal, ob es hier bei denen was zu essen drin gibt. Was? Lamm-Ratio. Oh, hier haben wir noch gerade. Noch mehr leerer Glaskrug. Weil hier gibt's Farbe. Was ist das schon mal hier? Und noch mehr Wasser, ey. Wenn ich... Ähm... Oh, zwei Wässer. Ach komm, nehmen wir die Farbe oben mit hier. Da freut sich der Ben. Hey. Endlich dachte ich, ich wär der Maler Meister. Oh, jetzt zwei Stück auf einmal. Man hat Ben nicht den Job geklaut. Böö. Was? Na komm, völlig neue Möglichkeiten auf mich zu. Weil die nicht ein bisschen Angst haben. Wo ist er denn nach der hinten gesagt? Warte doch auf mich. Ey, ich bin schrittstückweit gekommen. Ich war mal so frei. Äh... Gut, die zwei Hampelste kommen auch ganz langsam. Oh. Nein. Das ist perfekt. Aber ist okay. Ah Gott. Kleber und Scheinwerfer. Na toll. Kaffee ist hier drin. Ja. Ich bin hier hinten in der Küche. Hallo und Kaffee, bitte. Nö, gibt's nicht. Ausverkauft. Ah, verdammt. Alles leer. Ah, ne, 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 sowas hier sowas. Pflanzenfarber. Ey. 2.331. Alter, warte. Hör mal her damit. So, für Bandchen. Warte, Schlangefall. Kann man nicht genug haben. Triebes Wasser in der Toilette. Warum ist ein leerer Glaskook im Kühlschrank? Eff. Damit derjenige, der da reinguckt, als nächster weiß, dass er leer ist. Kaffeebohnen. Hier ist nur noch Kaffeebohnen, ne? Wenn man die leere Milchbeckung wieder in den Kühlschrank stellen, damit der Nächster weiß, dass sie leer ist. Genau. Langsam muss ich aber hier mal ein bisschen kackeln. Okay, meinst du... Ja, das ist schon... Ja. Ja. Wir sind jetzt auf. Wie lange... In 2 Stunden 40 Minuten bin ich auch schon online. Ist doch schon so lange. Boah, kann mir jetzt aber auch nicht so lange vor, tatsächlich. Wenn ich mal so ganz ehrlich bin. Oh Gott. Schönes ist es noch. Ne. 2.21 ist es schon? Was? Ja. Kimi, wir gerade eben auch ganz... erschrocken. Paar Benzin-Kanister. Joa. Ich hab keinen Platz mehr, so nieder ich auch nicht mehr. Oh. Wer sonst drin? Auch Scheinwerfer. Bitter ich immer noch in der Stadt? Ja. Ja. Dann... Ich helfe der Mann, geht schneller. Wollen wir mit der Roatzange da und hier so ein Stein triffst. Hm. Immer drauf da. Fertigkeit Bauwerke ist jetzt auf Level 3. Geil. Benzin-Kanister, Benzin-Kanister, Benzin-Kanister. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal wieder nach Hause. Ja. Ja, wäre nicht schlecht. Können wir das im Winter mal wieder leeren. Und dann... Das auch. Haben wir eigentlich auch irgendwo ein anderes Dorf? Ben? Hm? Haben wir irgendwo noch ein anderes Dorf? Glaube nicht, ne. Ich kann doch gleich nochmal gucken. Zumindest nicht nur in mittlerer Nähe, ne? Naja. Na. Ja. Ja. Ich glaube, das Dorf ist so langsam leer gelootet schon. Was? Oh, ne, ne. Oh. Woh. Ach. Kamstammten. Ich hab ein Koch-Grill. Ein Squirt-Plässchen-Football-Helm. Foto. Hast du die Kopfbedeckung? Oder die Mütze? Kannthin Football-Helm aufsitzen? Oh. Ach. Ach was. Du brauchst einen Platz, wieder unten. Oh. Ach, scheiße. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. hallo in der basis ist das stimmt auch fast kaputt also damit also wenn wir sind auf dem weg nach hause okay schaffte wir kommen was man das Essen heißt nö jetzt gefällt mir das nicht ich habe hier fällt man jetzt das ist es schwarz geworden ich bin immer noch am streichen wir haben am Keller dran wir streiten die keller was für den Boden das ist schon geil hat jemand gute argumente warum ich aufräumen sollte müsste aufräumen aber bin zu faul und ihr müsst jetzt mit argumente sagen wieso ich aufräumen sollte das kann ich leider nicht mit der unkern aufräumt ich bin derjenige sagt das genie überblickt das chaos das problem es gibt das kontrollierte chaos man merkt doch bei amazon friedhof das ist auch schon gladiiert wenn man der kollegisch liegt auf dem sagen tobi cowboy Wollt und den Jörner noch Moin wer mit der Farbe rumspritzt hat noch nie bis zu dürfen was wenn ein das Wolltelehr ist die sind so ähnlich wird der Kapitänse die auch Prozent Prozent und für die Wörmung auf der wir nicht weiter warum was ist noch nie nach Hause Ich geh nicht durch diese Mauer. Die Mauer ist pink. Achso, ach jetzt, du sauer. Machst du? Nein, 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 das ist aber ne Grafikmach von Garry's Mod. Da fehlen die Texturen. Ich hab Pisch gewarnt, Lais, ich mach das. Oh, das ist Problemkennung. Das nächste Mal ist irgendwie noch mit weißem Herzen oder so. Die gibt's leider nicht. Das ist Riekeps verputzt. Oh, guck mal, oh. Die guten Riekepswände hier. Warum nicht so viel Stein? Das ist nur der Eingang, Jan. Du hast gerade einen, den kleinen Zeh dieses Monsters gesehen. Achso, willst du Farbe haben? Nö, ich hab hier noch die 20 für den Vernehmung nicht verbraucht. Na gut, ey, ich pack's da mal um, ey. Ach, nice. Ich pack's mal weg. Weil sich unten ist auch ein bisschen eng mehr. Also das ist das Treppenhaus. Aber da kommt noch ein bisschen. Du bist schon eng, weil ich habe ja geschränkt. Und wenn sie da wird drei, drei breit. Drei breiten, ne? Drei breit, ne? Drei breit, ne? Drei normal. Bei zwei. Na, das soll ja so ein bisschen beengt sein. Boah, 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 boah. Weil der Boden, dem Boden find eigentlich selbst cool, oder? Der Boden ist geil, ja. Fehlt aber noch was. Nur die Treppschreppen, wenn die so lang sind, dann kostet irgendwie, war das jetzt noch mal pflanzenfasern auch damit rein den maiskolben in einem kurzen einschalten die maschinenpistole ich habe bruchwand recht viel kann sein doch erst mal weg pistolen auf kommt auch nach oben okay weil wir ein paar Flipperns Kästen wir haben jetzt 15 Flipperns Kästen oben das geht ja noch das reicht trotzdem erstmal schon mal wir sind schon mal mit weniger zurechtgekommen das ist mal ja ja hier Benzinschrank ach so, da wollte gerade was andere rein werden gut, dann hau ich da noch mal ein paar Klamotten rein mal Kohlebrocken pack mal in den Ofen die kleinen Motoren und die Batterie die machen sich da bestimmt gut drin hab ich ja nicht die Generatoren brauche ich wahrscheinlich für die Generator Bank noch dann bitte nicht direkt verbauen da kommt Ben runter mit dir direkt raus ach ne, ich kann nicht Benzin da wieder rausnehmen ich sehe gerade wo ich es schon mal woanders hingepackt habe hier den Mülleimer das sind da drin ich hab noch das da das ist glaube ich ne das gute Lamm-Ration äh Lamm-Ration im Kühlschrank äh Lamm-Ration im Kühlschrank äh Lamm-Ration im Kühlschrank äh Lamm-Ration im Kühlschrank da sind es tatsächlich treu geblieben die wir seit dem ersten Tag durch ja ok ja ok bei wieviel Steine willst du noch einschmelzen? ganz viel 3500 sind der gerade noch beim einschmelzen na so hoch reicht dir so wenig nur ja irgendwo ähm ah da und Ben erinnerst du dich noch wo wir mit den äh mechanischen Parts da so viele Probleme hatten die zu bekommen oh wir wir haben jetzt 55 oh cool hört man gerne Bär 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 verhörte das auch die Begräufe Prozent die vielen jüngeren Gebäude es sei keine Art und keine Ahnung wieder los können wird schützen fest ist nicht so groß das wüsste ich Prozent Kohlebrocken packte ich einfach mal ins Lagerfeuer Warte mal Stoffwetzen ich bin begeistert dass ich noch nicht einmal gestorben bin in der heutigen auch da bin ich auch stimmt Jannis auch noch gar nicht gestorben und wir sollten mal ein bald neues Wasser haben wir noch irgendwo Schneewelle wir haben noch irgendwo bestimmt noch Schneewelle oder noch aber ich hätte noch acht acht Dinger hätte ich noch noch Prozent ich habe die Farbe hier mit rein wurde wurde das geklickt Kleber und so was ist ich weiß nicht weil ich würde sitzen packen wohl er passt schon ob wir noch haben wir den Schrank für die ganzen Küchenückel die ich habe noch einen Kochtopf der Kasse zerlegen wir haben einen Kochtopf ganz einfach zerlegen weil wie der Benzin im Mülleimer ist ja auch Rezepte kann man auch machen ich nehme mal ich bin jetzt mal ein bisschen die Werkzeuge weil wir E-Kart aktuell nicht dran sind ne also mach mach's ich mach mach's Benzin-Kanistenkarten Benzin-Fässer mal gucken wie viele wieder rausbekommen 5 dauert 50 Minuten auch nur auch nur wenn es sonst nix ist na ein Benzin fast 10 Minuten ne ja was ist denn das für die Beschreibung Großmutters Blechdose für Süßigkeiten kann unterlegt werden oder als Behälter für eine leckere selbstgemachte Landmine dienen oh Gott da kannst du mir was basteln ah ah Alter ah so wie sieht es denn aus im Start der Dänemark ja sieht gut aus noch ein bisschen Rohbau hier und die Wand ist noch nicht wirklich fertig aber sonst ist das Treppenhaus fertig? na Treppenhaus nicht das Lagerhaus oder die Vault das Treppenhaus das darf man nicht vergessen hm 士 Experien 19 nr nr a r wieder nur sind als er die Tür aufmachen ne geht immer noch nicht und das geht nicht ich muss immer Prozent dagegen diese oder dieses Menü quasi okay dass sie gespürt ich kann selber mehr aufmachen was ist das denn ja nur der der sie gesetzt hat kann die Tür mit denen sie gespürt ist und nötig solcher die freigestellt die Menü ist echt scheiße Unternehmen gemalt was nur der Schlafsack in Getranjörn er oben nehmen oben ja wo der Ex-Ein eigenes Zimmer gemacht weiß ich doch nicht ich habe nur noch eine Tür aber so eine große Tür reicht doch das weiß ich schon nicht doch das wäre aber so ein Abstellplatz oder sowas ne ne habe ich eben extra angebaut dann bekommt ein Abstellplatz ja gut dann nehme ich ihn wieder mein Konten auch wenn mein Zimmer noch streichen mach das dann muss man mal die Schränke machen so 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 und das ��는 das aussieht wie als ob der Blutplate klappt immer gut ich renne dabei bin ich will gleich was er da macht der macht der gerade fünf hat in der watteschlange von den holz der bichter reingepackt das dauert noch eine dreiviertel stunde bis sie an der reihe sind achso ja gut naja, das sollte man machen so ein guckloch hier in der wand guck guck der goldbraune schiss guck 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 gu Hey, geh mal rein vor das Fenster. Ach, warte mal. Wird's ja mal gucken, wie da rein kommen. Oh, ist schön, passt das rein. Ja, so nicht. Kommt er nicht... Kommt er nicht hoch. Seid leis. Oh, da komm ich hier vielleicht. Warte mal, wenn ich... So, hoppada. Ah, ja, so. Oh, ich bin vom Fenster. Ach so, du bist auch so da unten. Ja, dass man die eigentlich nicht... Ich meinte, hier vorne... Ach so, ich bin... Willkommen bei der Worte. Jetzt kann ich wie sie tun. Ich hätte gern ein Big Mac... und dann noch auf der Karte. Ich glaube, ich werde wissen, was er denn gerade tut. Wir kommunizieren durch das Loch in der Wartmauer. Echt mal, rein ruhig da oben. Ein Big Mac-Menü mit einer großen Kompass und einer Cola. Okay. Und zwar bitte Dali. Oh, bitteschön. Ich sehe nichts. Wollen Sie mich hier verarschen? Dann kriegen Sie auch kein Geld. Wie kann ich dir da was... Wie kann ich dir da was geben? Kannst du nur auf den Boden werfen oder so. Kommt... Wollen wir mal, ich gebe mal, nicht jetzt. Wollen wir mal, ich gebe mal, ich gebe mal die Option. Chie... Meine Bezahlung. Bitt... 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 Platsch, Platsch, Platsch. Platsch, Platsch, Platsch. Ouh ouh ! Baby ! Red ! Vielen Dank.